da höre ich doch einen Ruder kommen wo ist der Gerät da ist er, komm her mein Freund da ist doch noch irgendwo einer, da kommt noch einer runter ok, den nehmen wir auch noch mit alter huch, mein Aim ja noch habe ich ja nicht angefangen, noch habe ich ja nicht angefangen Heinz Herbert du kannst auch zielen mit LT, nur so nebenbei, aus der Hüfte schießen auf lange Entfernung ist nicht so gut, das ist klar, das ist klar aber ich sage mal so, gegen Bots kann man es machen Platz 2 geworden, na hör mal du Schlawenzel Mann Alter, Aim passt Aim ist nicht da oh, Lama Lama Ding Dong Mann, auf Distanz hole ich sie und nah nicht Mann, 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 Mann oh, ich kippe die App Wo, wo, wo... Wo, 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 wo... Wir nehmen doch. Oha? Alter, Sonny, was ist hier los? Was war denn seine Mission? Alter, lass das! Die neue Sensi ist geil, Knacki. Finde ich mega. Haha. Wo der Typ passt mir da gerade gar nicht dahinten. Einmal across the map. Ja, 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 ich weiß, dass du da bist. Alter, hör auf damit! Mann! Oh! Jetzt habe ich nur keine Shieldies mehr. Kein Chill-Trank mehr. Was ist da los? Sonny, vorletzter Kill, aber ich weiß jetzt, dass eine Baumaschine kommt. Da muss jetzt eine Baumaschine kommen. Hallo, Celine, grüße dich. Hallo, Timo, moin. Aha. Aha. Bazoonga! Bazoonga! Ja, ich würde sagen, erste Runde. hören Sie in Weltro�ung- berechnung! Oh, das wäre toll! Kann ich jetzt mal runter! suggestions. Keine Ah prestige. Ja, ja. Wo, meinem Hahn. Fuck.